hey leute und herzlich willkommen zurück auf dem crash academy channel ein neues voiceover steht an und heute geht es um den bangle carrier ja der bangle carrier ist das erste was tatsächlich von chris roberts zu squadron 42 jemals gezeigt wurde das erste schiff was er revealed hat jetzt ist er in arbeit und er ist gigantisch groß also hier erzählt uns der vehicle art director dass eine idris in den hangar passt das heißt nicht dass man sie dort reinfliegen kann sondern rein theoretisch ist es möglich von dem umfang des hangars her dass ein idris darin platz finden würde also dass sie reinpassen würde das stellt das team für riesige herausforderungen man sieht es schon an den bildern alleine darum wenn es geht darum geht dass das schiff also ins memory geladen wird gerendert wird und dann eben zum fliegen gebracht wird ist tatsächlich eine sache die noch nie vorher versucht wurde und die für ein computerspiel noch nie in dieser größe probiert wurde und so sitzt jetzt inzwischen ein ganzes team von leuten daran insgesamt sieben artists arbeiten an dem gigantischen trägerschiff unter anderem sind jay und ian für den hangar verantwortlich wir sind dort jetzt dabei am hangar zu arbeiten dann haben wir robin der die brücke designt also der einzig und allein dafür da ist dass die brücke designt wird im außenbereich der auch gemacht wird dort hat phil das sagen phil ist ein exterior designer ein senior exterior designer der gerade zuletzt in der starfarer gearbeitet hat und von dort ausgekommen ist es wird sehr sehr viel wert auf detailstärke gelegt aber es werden auch ganz eigene konstruktionstechniken für dieses schiff jetzt in diesem ausmaß benutzt mit klassischen techniken wie man sie von anderen spielen kennt kommen sie hier nicht weiter sie haben ein eigenes system entwickelt um um sehr clever mit den shadern zu arbeiten so dass das empfinden für die größe überhaupt entstehen kann und dass das ganze eben auch vom spiel handelbar ist die tatsächliche arbeit am bangle carrier hat erst anfang des jahres 2016 begonnen vorher haben sie tatsächlich erst mal eine ganze weile rumgestanden und sich am kopf gekratzt wie sie denn dieses riesige schiff effektiv auch wirklich umsetzen können und ja alleine auf der größe ist es schon so dass man sagen kann eine gladius ist winzig dagegen sie verschwindet schon einem großen geschützturm also an dem großen massebeschleuniger ist es so dass er tatsächlich etwa die länge und die größe einer idris selbst noch einmal hat das heißt alles andere ist dagegen verschwindend klein und das nimmt auch eine menge ressourcen ein das bedeutet man muss sich tatsächlich über den daten upload gedanken machen man muss sich darüber gedanken machen wie das schiff dann einmal an daten wie was das ganze mit sich bringt wenn dann eben kleine andere schiffe darin sind oder auch tatsächlich personen darin rumlaufen all das stellt sich vor neue herausforderungen und gerade auch was das rendern angeht ist das bisher noch nie probiert worden abschließend erzählt uns der art director dann noch dass tatsächlich drei bis vier battlefield maps hier in dem bangle carrier drin stecken das heißt von der größe eben dieser maps aus battlefield der gangen bangle carrier dann aber eben auch funktional sein wird und eben tatsächlich durch den weltraum gleitet das stellt sie wie gesagt vor die neuen großen herausforderungen aber sie sind bereit sich dem anzunehmen und sie sind auch schon sehr sehr weit gekommen am ende verrät er uns nämlich tatsächlich dass seiner meinung nach so in etwa drei monaten die arbeit am bangle carrier abgeschlossen sein soll da sind wir aber mal gespannt es war ein kurzes voiceover aber ich fand es trotzdem sehr sehr spannend ich wollte euch das unbedingt mitteilen und teilhaben lassen da man sonst sehr sehr wenig vom bangle carrier hört ich werde euch jetzt noch mit diesem schönen trailer am ende verabschieden der jetzt hier herangeschnitten wurde aus dieser zweiten teil der hundertsten episode von around the verse vielen vielen dank dass ihr dabei war ich freue mich sehr wenn ihr uns kommentare hinterlasst liked oder disliked das video je nachdem wie es euch gefallen hat wenn ihr up to date bleiben wollt dann abonniert doch unseren channel und ansonsten wenn ihr uns als youtube creator für star citizen unterstützen wollt in unserer arbeit dann schaut doch mal auf unser patreon profil das würde uns ganz besonders freuen in diesem sinne bis zum nächsten mal see you on the flight deck seuer abt so 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 so